Willkommen zurück! So, let's play Lucius! Ja, die Haxe und Donnerwetter! So, Jean haben wir erledigt, Mary haben wir erledigt, und, ja, ähm, wir nehmen ja das 50%, haha, geil! So, was tun? Was müssen wir machen? Links, links, okay, links. War doch nichts, oder? Ja. Mami! Nein. Ich hab Angst. Knuddel! 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 Oh, nicht. Du wogst. Äh, falsch. Oh, was haben wir denn da? So, alles. Oh, ich kann doch nicht mehr. Hui, so. Wer hat denn schon... O, bisschen Schrass... Ima... Ah, je, 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 okay... Alles klar, ich fatt mich mal. Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerken gehen. Ja, ja, ja. Der ist zu nichts imstande. Ich kann wieder hoch. Was soll ich denn machen? Verdammte Scheiße. Tampon. Achso, ich bin falsch. Natürlich. Wie immer. Nee, nee, nee. Da. Nein, natürlich. Willst du mich arschen? Willst du mich arschen? Hä? Achso. Verwirrt. Also, ernsthaft. Könnte ich denn eine Minikarte hinbauen können? Boah. Na, ich hatte so einen großen Klumpen reingelegt. Jetzt ist es noch frei. Sieht nicht so aus. Hä? 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 es gibt keine antworte ah ok damals nichts Nö, 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 nö. Nichts. Oh, interessant. Äh. Neh mich raus. Ja, ein Wasser. Sehr... Öh. Oh, der. Ah, leg mich doch. Ach, wozu hab ich denn die Kraft gelernt? Weiß ich auch nicht. Ah, ja. Was denn? Was bin ich denn? Hä? Das sind wir aufgestanden. Verdammt. Oh, mein Gott. Warum braucht er so ewig? Oh, mein Gott. haakuna matata haakuna matata aua man aaa aaaa yo wo ist das jetzt um um now Now I can go back to the BC W3 SC Beep 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 Oopsie Beep beep Yee yee yaaa Register Beep 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 Einer geht noch, einer geht noch rein. Ich habe einen Schaumfessel gestohlen, vielleicht hatte ich damit etwas zerschlagen. Ah! Tampon. Äh. Die Massagen vielleicht. Welchen habe ich denn? Ich habe ja zwei, oder? Welche Taste? Keine Ahnung. Ah, ja. Ah, leid mich doch im Arsch. Telekinesa. So. Ich muss doch umgedrehen, was willst du von mir? Sollte ich etwas auf dem Klo kaputt machen? Oh la. Nichts. Ah, bjezu, bjezu. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ich in der Infobox. Ah, das ist es? I can't see any more. Wo fies denn die Scheiße hin? Ich aber sag, das haut man hier, aber naja gut. Drei Zehn Zoll. Boah, lebe ich doch. Wenn ihr mir da schon ne Zeug habt. Bleistift. Nein. Klavier. Schnell das Klavier suchen und kaputt machen. Hallo, 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 woher bist du, hallo, okay. Ja, hast du geschlagen? Warte ich dazu, warte ich dazu, warte ich dazu. Oh, das ist ein Piano. Wer weiß, keine Ahnung. Was ist doch kaputt? Was ist doch kaputt? Ah. Ein Alkohol hat die in irgendwie herlocken. Alkohol. Hallo. Hallo. Komm, 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 komm. Hier, auflecken. Auflecken. Hier, leck auf. Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerker reden. Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerker reden. Ich will dich nicht nochmal erinnern. Ja, Mami. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Uuuuuhh! Ja, hast du den Dreh aus? Raus! Ich sage es Ihnen ungern, aber anscheinend war Ihr Handwerkersturz betrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Geschäge- oder Kreislauf-Pro…Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro Remote... 11. September 1972, Messer scharf. Zähneputze! Hallo? Nein, mache ich jetzt. Aber ich kann doch keine Zähne posten, das war ein Tart. Ach ne, kann ich doch. Der war ja am Klavier und ich will mir mal jetzt mal fest. Oh, ich bin falsch. Natürlich. Ich putze auch mal eine Zähne im Zimmer, ne? Ey, das geht auch zum Tartort. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich will wieder verarschen. Der ist doch ganz nett. Hört sich immer nicht so an. Egal. Den machen wir nämlich separat. Haut rein Leute. Ciao.